Eine Ohana Tenno-Okelele, eine TK50MG mit einer Decke aus massiver Zeder und einem Korpus aus sehr schickem, geriegelten oder geflammten, weiß ich jetzt gar nicht, Ahorn, in der Beschreibung steht geflammt. Vielleicht ist das tatsächlich sowas, weiß ich schon. Ja, wir haben ein Griffbeit aus Hardwood, 19 Bünde, Hals ist aus Mahagoni, laminierte Kopfplatte. Ja, sehr schick, Aquilasalben drauf. Los geht das. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 So, dasselbe Stück Holz, dieselben Saiten, eine andere Stimmung, die tiefe A-Stimmung, das ist E, A, Tis, Fis, wenn ich mich jetzt nicht getäuscht habe. Ja, nie. Ja, nie. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018